Kuhhandel Ein Spiel für drei bis fünf Spieler ab zehn Jahre. Bei diesem Kartenspiel-Klassiker geht es darum, möglichst viele, aber vor allem auch möglichst hochwertige Tierquartette zu sammeln. Um das zu schaffen, gilt es mit Geld die richtigen Tiere klug zu ersteigern, gewitzt zu plaffen und schlitzohrig die Mitspieler beim Kuhhandel über den Tisch zu ziehen. Jedes Tier hat am Ende einen anderen Wert. So zählt der billige Hahn am Ende zehn Punkte, das edle Pferd jedoch tausend Punkte. Sind alle Tierquartette verteilt, so zählt jeder seine Punkte und multipliziert diese mit der Anzahl seiner Quartette. Kuhhandel, ein tierisch schönes Spiel, das es in sich hat. Viel Spaß beim Spielen!